Hi Leute, ich bin Nora. Ich studiere Textiltechnik und bin heute für euch auf der Messe Heimtextil in Frankfurt. Los geht's! Hier hinter mir kann man sehen, wie Produkte komplett digital entstehen. Vom Design über einen Druck über den Cutter bis hin zum Nähen. Wow, tolle Tasche. Oh, das ist aber nett. Frau Bischopp, Sie sind ja Jurymitglied beim Young Creation Award Upcycling. Was ist das überhaupt? Upcycling ist eine Art von Recycling, bei der das Ausgangsmaterial zu einem hochwertigen Produkt verarbeitet wird. Und dazu gab es einen Wettbewerb? Ja, genau. Und wer hat gewonnen? Der Gewinner kommt von der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Da hat uns besonders das innovative Materialkonzept überzeugt. Sehr schön. Und das ist sogar meine Uni. Auf so einer Messe auch nicht fehlen dürfen die Designhochschulen aus der ganzen Welt. Meine ist auch da. Herr Eiling, ich bin hier umgegen vom wunderschönen Kissen und Vorhängen. Ich kann es mir ja fast schon denken. Aber vielleicht können Sie mir nochmal sagen, was genau die Firma Apelt herstellt. Die Firma Apelt stellt Dekostoffe und Gardinen her. Die Firma Apelt stellt Tischwäsche und Kissen her. Was sind denn die modischen Trends 2017? Die modischen Trends sind Pastels und die Farbe des Jahres ist grün. Und ganz herzlich willkommen. Abschließende Trend-Workshop hier in unserer Deko-Tube. So Leute, das ist mein erstes eigenes Moodboard und das hat auch richtig Spaß gemacht. Ich bin fix und fertig von dem Tag heute auf der Messe, aber habe ganz viele neue Eindrücke gehabt.